Ich glaube, alle, die ein MacBook oder ein Computer mit macOS und aber auch ein Android-Smartphone als Daily Driver haben, alle haben ein gleiches Problem. Wie bekommt man seine Daten, am besten natürlich kabellos, von seinem Android-Smartphone auf macOS und von macOS auf das Android-Smartphone wieder? Ich habe schon so einige Sachen ausprobiert, bin auch schon auf einigen Sachen dann auch hängen geblieben, habe es auch eine Weile genutzt, dann ging aber auf einmal die App auf dem einen Android-Smartphone, aber auf dem anderen wieder nicht oder es gab kein Update-Support mehr oder, 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 es ging einfach auf einmal nicht mehr. Und immer, wenn ich mal über dieses Thema mit Marco gequatscht habe, also von dem Kanal Marco Kamrat oder auch dem YouTube-Kanal verklickt, dann hat er mir immer wieder gesagt, hey, es gibt doch diese Near-Drop-Geschichte, das ist quasi, oder das ist wie Quick-Share vom Windows-PC, wo man dann auch aufs Android-Smartphone die Daten kabellos schicken kann. Aber da gab es immer einen Haken, ich habe es nämlich irgendwann dann auch verwendet und dieser Haken wurde nun aber beseitigt, dank einem Google-Files-Update, glaube ich. Und deswegen kann ich jetzt offiziell sagen, ich kann euch den einfachsten, aktuell einfachsten Weg nennen, wie man Daten kabellos versenden kann von dem Android-Smartphone auf macOS und vom macOS, aber auch wieder zurück auf das Android-Smartphone, weil das hat vorher nicht geklappt mit Near-Drop. Vorher konnte man immer nur Daten vom Android-Smartphone auf macOS rüberziehen kabellos, hat auch sehr gut funktioniert, ich war auch super happy damit, ganz wichtiger Punkt übrigens, natürlich müssen eure Geräte im selben WLAN gerade eingebunden sein, mit dem selben WLAN verbunden sein. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch einfach mal auf die Schnelle. Und zwar geht ihr beispielsweise mit eurem MacBook einfach auf die GitHub-Seite, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch den Link, dann braucht ihr einfach nur raufklicken. Ihr ladet euch hier die near-drop.app.zip-Datei herunter. Wenn ihr dann das komplett entpackte Verzeichnis in den Programmeordner reinschiebt einfach, dann habt ihr auf einmal hier dieses Near-Drop-Symbol bzw. habt ihr dann hier oben auch in der Taskleiste, sozusagen in der Schnellstartleiste, auch noch dieses Near-Drop-Symbol. Und hier könnt ihr dann auch Near-Drop mit einem Rechtsklick beenden, wenn ihr wollt, oder auch euch den Gerätenamen nochmal anschauen und auch auswählen, ob es jetzt für alle sichtbar sein soll, ja oder nein. Und dann ist eigentlich auch schon alles passiert und jetzt kann es eigentlich direkt losgehen. Ich zeige es euch an einem Beispiel und zwar erstmal das, was eh schon immer sehr gut funktioniert hat, dass ihr von eurem Google-Smartphone bzw. von eurem Android-Smartphone eine Datei auf eurem macOS-Kabeluss schickt, beziehungsweise auch mehrere. Ihr könnt mehrere in eurem Google-Foto oder in eurer Galerie einfach markieren und das Ganze dann ganz easy senden. Und das Coole ist an Near-Drop, dass ich eben nicht auf jedem Android-Smartphone auch irgendwie eine App herunterladen muss, sondern das Ganze funktioniert halt via Quick-Share. Das, was ja eh standardmäßig auf allen Android-Smartphones installiert ist. Und zwar geht ihr auf das jeweilige Foto oder markiert mehrere Fotos bei euch in der Galerie. Ihr könnt es, glaube ich, hier ganz gut erkennen. Und geht dann einfach nur auf Teilen. Einfach nur auf den Teilen-Button klicken. Und dann seht ihr hier unten links ja die Möglichkeit, auf Quick-Share zu tippen. Und dann muss natürlich auch Bluetooth aktiviert sein. Das wird jetzt hier gemacht. Und jetzt wird sofort mein MacBook gefunden. Ich tippe hier einmal rauf. Und jetzt taucht hier oben rechts auf, dass Near-Drop mir was schicken will oder mein Smartphone mir was schicken will. Und dann muss ich das Ganze hier einfach nur bei den Optionen noch akzeptieren. Und schon geht's los. Das muss man auch nur einmal machen. Ja, ist da gerade schon gebimmelt, weil das eine Fotos ist natürlich schon sofort schnell rübergeschickt worden. Und man muss das Ganze nur einmal akzeptieren. Und dann werden auch alle, keine Ahnung, 80, 90 Fotos rübergeladen, wenn ihr das denn möchtet. Und all diese ganzen Sachen, die ihr rüberladen möchtet auf eurem macOS, diese landen dann in eurem Download-Ordner übrigens. Also das zeige ich euch auch einfach mal, damit ihr seht, dass es funktioniert hat. So, jetzt bin ich auf meinem Downloads-Ordner drauf. Und hier ist jetzt das Foto, was ich mir gerade rübergeschickt habe. So einfach geht das. Und wenn ihr jetzt eine Datei oder mehrere Dateien rüber senden möchtet auf euer Android-Smartphone, dann funktioniert das jetzt endlich. Und zwar müsst ihr dafür dann Folgendes machen. Einfach rechtsklick auf die jeweilige Datei und dann auch auf Teilen tippen. Und dann gab es hier schon immer den Punkt Near-Drop. Aber es hat leider nicht funktioniert, denn es wurde nie das Smartphone angezeigt. Und dann gab es auch irgendwelche Anleitungen. Ich habe versucht, es hinzubekommen. Ich persönlich habe es nicht hinbekommen. Andere haben es auch nicht hinbekommen. Vielleicht hat es der eine oder andere irgendwie hinbekommen. Aber es war dann auf jeden Fall anscheinend nicht so einfach. Jetzt geht es aber richtig einfach. Man muss einfach nur in die Google-Files-App reingehen. So, Files-App. Und jetzt gibt es neu diesen Button hier, den Empfang-Button. Den gab es die ganze Zeit halt nicht. Dort könnt ihr einmal rauftippen. Und jetzt, habt ihr es gesehen? Sofort wurde es bei meinem MacBook angezeigt. Pixel 9 Pro Fold, das kann ich jetzt antippen. Und jetzt muss ich hier beim Smartphone einfach nur noch auf Akzeptieren tippen. Und zack, das Foto wurde rübergeschickt. Hier habe ich es wieder geöffnet. Ich habe mir das selbe Foto einfach nochmal geschickt, damit ihr seht, wie gut das funktioniert und dass es halt gut funktioniert. Im Grunde wollte ich euch eigentlich auch mit diesem Video nur sagen, dass jetzt endlich beide Wege möglich sind. Ich hätte auch schon früher ein Video über Near-Drop gemacht, wenn beide Wege schon funktioniert hätten. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Habt ihr noch einen besseren Weg? Welchen Weg nutzt ihr? Schreibt gerne alles dazu unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Hier auf diesem Kanal gibt es immer mal wieder solche Technik-Tipps und Tricks, aber natürlich auch Reviews bzw. Testfazits und so weiter und so fort zu allen möglichen technischen Produkten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!